Ja, es gibt aktuell, ich glaube, drei Channels, die was hochladen dürfen. Der Arzt, der darf was hochladen, dann der mit G, der mir nicht einfällt, der und Nico und Crackspy. Ich glaube, das sind die, die aktuell uploaden. Genau, das sind dann aber AG4. Perfekt. Ich wollte nur mal Danke sagen für den ganzen guten Content, den du früher gemacht hast. Ja, Fick dich, Digga. Oh, mein Gott, so true! Shut up! Sorry, ich hatte gerade kurz meine zehn Sekunden. He going crazy. Hier, dein Barty. Du solltest aufpassen, da ist ein kleiner Riss oben drin. Wie lange geht das Game schon? Das ist die zweite, das ist die zweite Dritte. Und wie gibt es drei Dritte? Ja, vier Dritte gibt es. Ah, okay. Hm. Ich bin da dritte. Und wie gibt es drei Dritte. Ich bin da dritte, das ist die zweite Dritte. Vielen Dank.